Achso, wir müssen da so Dingens bilden, okay. Das ist ja interessant. Ja, was machst du denn? Hallo? Bist du eigentlich dämlich oder so? Wow. Okay. Das heißt, wenn die Daisy-Tossie nicht mitmacht, dann habe ich einfach keine Chance. Also, was müssen wir bilden? Halt. Äh, wobei, ne, passt sogar. Was machst du denn? Ja, lass mich hier durch. Wo gehst du denn lang? Seht ihr, was die... Äh? Ja, jetzt lauf du erstmal. Ja, die macht mir jetzt nämlich meins safe wieder kaputt. Die läuft einfach immer da wohl. Ich mach nichts mehr. Sorry. Ich mach nichts mehr. Soll sie es erstmal hervorlegen. Ja, beweg dich. Beweg dich, Schnöpfe. Was soll ich denn dazu sagen, wisst du? Was soll ich dazu sagen? Die macht eh all... ENDE! Ja... ENDE! Ja...